Die waren schon gut vernetzt und das ist ein Merkmal, was organisierte Kriminalität auszeichnet. Und das ist nicht unbedingt immer sichtbar, sondern das macht es eben auch so gefährlich, die Unterwanderung. Da waren wir dann nur vielleicht mit fünf, sechs Mann und da hatten die locker 50, 60 Anwälte im Raum. Das war ein Riesenraum, da saß ein riesiges U von Anwälten und noch ein weiteres riesiges U von Anwälten stand einfach hinter jedem. Und dann stand noch mal ein Anwalt dahinter und ein weiteres U stand an der Wand, um uns einfach durch ihre schiere Präsenz so ein bisschen in Rückenlage zu bringen. Da sitzen ja top ausgebildete Leute, deren Job nichts anderes ist, als sich genau das auszudenken auf der ganzen Welt. Deswegen wäre es naiv zu denken, ab 2012, als wir uns das System erinnert hat, wir würden das nicht weitermachen. Wenn ein Modell abgestellt ist, dann überlegt man sich was anderes. Hier war schon so, dass mir die Bedeutung des ersten Urteils schon sehr bewusst ist. Und die auch sehr erleichtert war, dass die Kammer da in den wesentlichen Punkten, in denen auch unsere Argumentation gefeucht ist, nicht auf den Einzelfallen nur bezogen, sondern dass das eben nur ein Urteil ist von ganz vielen, die da noch kommen. Was muss man eigentlich machen, um auf der Liste der Top 50 Personen zu stehen, die für die Weltwirtschaft von besonderer Bedeutung sind? Also, in der Liste, die das US-Medienhaus Bloomberg für 2021 veröffentlicht hat, steht zum Beispiel Andy Jesse. Der ist letztes Jahr Chef von Amazon geworden. Oder Alison Felix. Sie ist die erfolgreichste Leichtathletin bei den Olympischen Sommerspielen aller Zeiten. Oder John Nkengasong. Der hat wesentlich daran mitgearbeitet, 400 Millionen Covid-Impfdosen für Afrika zu organisieren. Und als einzige Deutsche in der Liste überhaupt, Anne Broahilka. Sie hat sich gegen alle Widerstände mit den mächtigsten Banken, Kanzleien und Beratern angelegt. Die Kölner Staatsanwältin hat den Deutschen ihr Geld zurückgeholt und sie macht es noch, zumindest soweit es geht. Und sie zieht die in Verantwortung, die über Jahre gedacht haben, sie könnten sich aus dem deutschen Steuervermögen mehr rausholen, als sie eingezahlt haben. Sie ist die Aufklärerin des Cum-Ex-Skandals. Dem Skandal, bei dem 12 Milliarden Euro nicht in der Steuerkasse gelandet sind. Sie ist die Jägerin. Ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass der Bundesgerichtshof Mitte vergangenen Jahres bestätigt hat, Cum-Ex-Aktiengeschäfte, bei dem sich die Akteure Steuern zweimal erstatten lassen, sind Steuerhinterziehung und damit strafbar. Über Anne Brohr-Helker und den aktuellen Stand des Cum-Ex-Files wollen wir heute in dieser Folge von Handelsbad Crime sprechen. Dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen mit unserem Investigativ-Team über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. Mein Name ist Ina Karabas, Leiterin Journalismus Live und heute im Studio sind bei mir der Chef des Investigativ-Teams Sönke Iversen und Handelsbad Reporter Volker Futsmeier. Wir sprechen auch mit der Anwältin Helen Schilling. Sie vertritt Hauptangeklagte und Kronzeugen im Cum-Ex-File. Wir sprechen darüber, welche Anstrengungen es für Brohr-Helker war, sich am Anfang nicht nur mühsam Informationen zu suchen, sondern sich auch gegen mächtige Gegner durchzusetzen. Und wir sprechen auch darüber, warum es für sie noch lange nicht vorbei ist, warum immer noch neue Namen und Banken in dem Fall auftauchen und wie es weitergeht. Damit herzlich willkommen zu Handelsbad Crime. Hallo Volker, hallo Sönke. Hallo Ina. Hallo Ina. Wir sprechen heute, wir haben es gerade schon gehört, über Anne Brohr-Helker. Sie ist die prominenteste, bekannteste Frau, die Staatsanwältin, die Jägerin kann man sagen im Cum-Ex-File. Und wir fangen jetzt, glaube ich, chronologisch am besten einfach mal vorne an, Volker. Wann hat Frau Brohr-Helker das erste Mal mit Cum-Ex zu tun gehabt? Das war im Herbst 2013. Da ist ein Fall bei ihr auf dem Tisch gelandet. Es gab halt diese Bank Sarasin aus der Schweiz. Die hat diese Cum-Ex-Fonds an sehr reiche Anleger vertrieben. Und da gab es ab 2011 Probleme. Da gab es einen Investor, den Drogerieunternehmer Erwin Müller. Ganz kurz, bevor wir über Herrn Müller sprechen, den natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich aus den Innenstädten kennen. Das sind die Müller-Drogeriemärkte. Lassen Sie uns nochmal ganz kurz erklären, was Cum-Ex überhaupt ist. Wer eine Aktie besitzt, kann sich einmal im Jahr auf eine Dividende freuen. Das ist der Anteil des Aktionärs am Gewinn des Unternehmens, dessen Aktie er besitzt. 25 Prozent davon fließen als Kapitalertragssteuer an den Staat. Bei der Steuererklärung wird einem diese Steuer später angerechnet. Genau hier setzten Cum-Ex-Geschäfte an. Die Beteiligten handelten dabei Aktien im Kreis und lösten dadurch Verwirrung beim Fiskus aus. Mehrere Finanzämter dachten, da hätte jemand Steuern gezahlt. Also stellten auch mehrere Ämter eine Steuerbescheinigung aus. Das Ergebnis, die Steuer in Wirklichkeit nur einmal gezahlt, wurde mehrfach erstattet. Volker, wir waren gerade bei Herrn Müller in der Schweiz und der Bank Sarrazin stehen geblieben. Wie geht es da weiter? Ja, der Herr Müller, der hat halt diesen Cum-Ex-Fonds gekauft und hatte natürlich damit gerechnet, das waren 50 Millionen insgesamt, dass ihm das Geld zurückerstattet wird und dass er seine Rendite bekommt. Innerhalb von drei Monaten war ihm, glaube ich, eine zweistellige Rendite versprochen worden. Das hat aber alles nicht geklappt, weil das Bundeszentralamt für Steuern, diese Kapitalertragssteuer nicht ausgezahlt hat. Und da gab es Ärger. Und welchen Ärger genau gab es, Sönke? Das Gemeine an den Cum-Ex-Geschäften für den Investoren ist, wenn das schief geht, dann kriegt man nicht nur die 10, 12, 14 Prozent Rendite nicht, sondern dann bleibt das ganze Geld, das man da reingesteckt hat, hängen. Das liegt in der komplizierten Natur. Das Geld muss einmal durch die Steuerkasse sozusagen geschleust werden, um dann aus 50 vielleicht 55 oder 58 Millionen zu machen. Wenn das schief geht und wenn das Bundeszentralamt für Steuern dann sagt, wir herstatten hier keine Steuer doppelt, dann hängt das ganze Geld fest. Und das ist natürlich ein Riesenverlust auch für jemanden wie Erwin Müller. Das heißt, wir haben einen geprellten Investor, möchte man sagen. Ob das jetzt Investment ist oder nicht, darüber kann man, glaube ich, sich vortrefflich streiten. Und dann haben wir Auftritt Frau Broer-Hilker in dieser Geschichte. Ja, also Herr Müller hatte das Glück, einen Anwalt gefunden zu haben, der sehr gute Kontakte hat in die Schweiz. Und dieser Anwalt, Eckart Seid heißt der, der konnte sich Unterlagen beschaffen, also interne Dokumente aus der Bank. Und da hat er gesehen, was hinter diesem Geschäftsmodell überhaupt steckt. Und mit diesen Unterlagen ist er zum Bundeszentralamt für Steuern gegangen und die haben dann Ermittlungen eingeleitet. Das war aber eine Sache, wo sie sehr schnell erkannt haben, dass sie mit den Mitteln, die sie so haben, nicht zurechtkommen. Und da kam halt die Staatsanwaltschaft Köln ins Spiel. Okay, also nur noch mal zur Klarheit. Das Bundeszentralamt für Steuern ist dann von Bonn nach Köln gefahren und hat gesagt, Frau Broer-Hilker, hier stimmt was nicht. Genau, also so wie es genau abgelaufen ist. Also es gab auf jeden Fall dann diesen Kontakt und den Austausch. Und die haben halt gesagt, da muss die Staatsanwaltschaft rein. Und da haben sie mit Frau Broer-Hilker halt eine Staatsanwältin gefunden, die sie da sehr, sehr tief reingekniet hat. Und aus diesem kleinen Fall Erwi Müller wurde sehr viel mehr, sehr schnell sehr viel mehr. Frau Broer-Hilker hat sich dazu auch einmal geäußert, wie das damals für sie war. Und zwar in einer Dokumentation des WDR, die heißt der Milliardenraub. Wir werden da immer mal wieder zwischendurch eine Stimme von ihr hören aus dieser Dokumentation. Und sie sagt dazu, wie sie das damals empfunden hat, Folgendes. Ich fand, die Schadenshöhe ist enorm. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann wird einem schwindelig. Nach außen hin sieht das immer alle blitzeblank aus. Wir müssen hinter die Kulissen gucken. Und hinter die Kulissen gucken kann man am besten über private Notizen oder E-Mail-Kommunikation. Jetzt muss man sagen, das ist schön, dass wir Frau Broer-Hilker auf jeden Fall in dieser Dokumentation gehört haben. Wir haben sie natürlich auch angefragt, Sönke. Ja, wir haben sie natürlich angefragt. Nur Frau Broer-Hilker steckt jetzt mitten in Prozessen. Und da ist eine Staatsanwältin halt so gepolt und auch so ausgebildet. Und das geht nicht, dass eine Staatsanwältin sich mitten in laufenden Prozessen den Medien gegenüber äußert. Und deshalb hat sie es nicht getan. Genau. Und deswegen sind wir den Kollegen dankbar, dass wir an der einen oder anderen Stelle jetzt aus dieser Dokumentation zitieren können. Lass uns nochmal wieder zurückkommen zu den ersten Jahren von Frau Broer-Hilker. Also sie saß da in ihrem Konferenzraum oder in ihrem Büro und hat auf einmal gesehen, da läuft irgendwas gewaltig schief. Da ist irgendwie, da bereichern sich viele Menschen zulasten des Staates, zulasten der Gesellschaft, muss man ja ganz klar sagen. Was ist dann passiert, Volker? Ja, am Anfang war sie natürlich mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Also sie hatte halt diese Aufgabe, diesen Fall zu ermitteln. Der war sehr groß und sie war aber am Anfang tatsächlich bei der Staatsanwaltschaft erstmal alleine. Hatte ein paar Mitstreiter beim Landeskriminalamt und es war aber eigentlich viel zu wenig. Und deswegen war es natürlich am Anfang auch sehr schwierig und sie hatte mit großen Widerständen zu kämpfen. Und man muss sich vorstellen, dass diese Beschuldigen, die es da gab, Es waren schnell auch einige Beschuldigte, dass die alle mit hochkarätigen Strafverteidigern agierten und es waren ja auch Banken involviert. Und da war es natürlich für sie sehr schwierig als Einzelkämpferin. Lass uns die Hochkarätigen gerne noch ein bisschen genauer benennen, Sönke. Ja, den Namen Erwin Müller, Milliardär, Drogeriemarktexperte, haben wir schon gehört. Andere Investoren in diesen Cum-Ex-Fonds waren Leute wie Carsten Maschmeyer, Clemens Tönnies. Die Bank Sarazin ist natürlich eine der edelsten Adressen in der Schweiz, die jede Menge Anwälte aufzubieten hat. Sehr schnell war Frau Bohr-Hilker dann auch konfrontiert plötzlich mit Hanno Berger. Hanno Berger kennen wir schon aus der zweiten Folge. Genau, das ist der ehemalige Steuerbeamte, der dann übergelaufen ist auf die, wenn wir so wollen, dunkle Seite. Update 24. Februar 2022. So, an dieser Stelle müssen wir einmal ganz kurz unseren eigenen Podcast unterbrechen. Denn seit der Aufnahme zu dem Podcast zu einem Rohr-Hilker hat sich noch ein bisschen was entwickelt. Und darüber wollen wir kurz sprechen. Ja, lieber Sönke, es hat sich ergeben, dass Hanno Berger nach Deutschland kommt. Und zwar nicht ganz freiwillig. Nein, absolut unfreiwillig. Hanno Berger wollte nicht nach Deutschland kommen. Er ist geflohen vor zehn Jahren vor der Generalstaatsanwaltschaft. Also wer ist Hanno Berger? Der berühmte Steueranwalt, sehr gefragt bei den sehr reichen Männern und Frauen dieser Welt. Und ja, 2012 kam die Generalstaatsanwaltschaft, hat seine Büros im Frankfurter Hochhaus Skyper durchsucht. Und Hanno Berger war damals auf der Autobahn, ist dann direkt umgedreht und in die Schweiz gefahren. Genauer gesagt, ins Schweizer Bergdorf Zuorz. Und hat von da aus behauptet, die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehungen seien ein Skandal, ein Justizskandal. Es hätten sich da Leute verschworen. Und ja, dann ging es also hin und her und wieder zurück. Einspruch und Gesuche und immer wieder und einmal weiter. Aber zehn Jahre später, da sind wir jetzt heute, heute Vormittag vor der Hanno Berger an der Grenzstelle Kreuzling Konstanz von der Schweizer Polizei dem Bundeskriminalamt überstellt. Und nun muss er sich hier dem Deutschen im Rechtsstaat stellen. Und was passiert da jetzt als nächstes? Ja, jetzt kommt er vor Gericht. Also das dürfte sehr, oder erst mal kommt er in die deutsche Zelle. Er saß in der Schweiz ja jetzt auch schon seit einiger Zeit nicht mehr in seiner Villa, sondern in seiner Zelle. Und die tauscht er jetzt gegen die deutsche Zelle. Und auch relativ bald müsste er dann in Wiesbaden erst mal vor Gericht gestellt werden wegen diverser Anschuldigungen. Und wenn er damit fertig ist, kommt das nächste Verfahren. So, apropos Verfahren, Sönke. Gut, dass du es sagst. Denn wir sprechen jetzt auch über die Auswirkung eines anderen Verfahrens, was auch auf Anne Prohiker zurückgeht. Denn sie hat natürlich mit ihrer Hartnäckigkeit dafür gesorgt, dass Cum-Ex jetzt auch dann tatsächlich Steuerhinterziehung und damit strafbar ist. Worum handelt es sich bei dem Fall, Sönke? Ja, es gibt weniger einen Fall als im Prinzip. Wie du so richtig sagst, wir haben inzwischen drei Urteile in Sachen Cum-Ex. Alle sind geendet mit Schuldsprüchen. Und in dem einen Fall, wo Einspruch eingelegt wurde, hat jetzt der, oder nicht jetzt, aber auch schon eine Weile her, hat der Bundesgerichtshof gesagt, nee, Cum-Ex war illegal. Immer schon. So, und wenn das letztinstanzlich feststeht, heißt das, dass alle Geschäfte, oder alle Profite, alle Gelder, die aus Cum-Ex-Geschäften stammen, praktisch schwarz sind. Und für eine Bank bedeuten Gelder, die aus illegalen Geschäften kommen, dass sie die nicht haben dürfen auf ihren Konten. Und wenn sie sie doch haben, dann müssen sie sogenannte Geldwäsche-Verdachtsanzeigen stellen. Sie müssen gewissermaßen ihre Kunden anzeigen. Und genau das geschieht jetzt. Wir recherchieren ja immer weiter. Zwischen unserem Podcast sind wir immer weiter bei der Arbeit. Und wir haben jetzt erfahren, dass eine dreistellige Anzahl solcher Anzeigen bereits gestellt worden ist. Also mehr als 100. Und es werden wahrscheinlich noch viele dazukommen. Wir haben ja diese Liste schon vor vielen Jahren bekommen, der Banken, die da Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben. Die Liste umfasste 130 Namen. So, jede Bank hat natürlich nicht nur einen Kunden. Da kann man sich vorstellen, wie viele Schwarzgelder da produziert wurden. Und all diese schwarzen Gelder dürfen nicht mehr auf den Konten sein. Da gibt es Vorschriften. Und wenn die Banken das nicht täten, dann würden sie sich der Geldwäsche schuldig machen. Und das wollen sie natürlich nicht. Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Das bedeutet, jeder, der damals hohe Profite mit Cum-Ex gemacht hat, wird jetzt wegen Schwarzgeld bzw. die Konten werden wegen vermeintlicher Geldwäsche angezeigt. Wo genau? Die landen jetzt alle bei der sogenannten Financial Intelligence Unit. Das ist eine Sondereinheit des Zolls. Und die wird sich das alles angucken. Und im Zweifelsfall die Gelder auch reinziehen. Also das ist jetzt, wir sind jetzt praktisch, wir haben die nächste Ebene erreicht. In der ersten Ebene wurde festgestellt, was ist Cum-Ex. Jetzt ist es festgestellt worden, es ist illegal. In der zweiten Ebene ist, was ist jetzt mit den ganzen Profiten aus Cum-Ex. Und das geht jetzt los. Und habt ihr schon irgendwie sowas beobachtet, dass viele jetzt anfangen, ihr Geld von den Banken abzuziehen, bevor die FIU das einfriert? Leider haben wir da keine grundsätzlichen Zugangscodes. Aber was anderes soll denn geschehen? Das ist ja immer so, dass wenn da jetzt Schranken eingebaut werden, dass die Leute versuchen werden, das Geld halt irgendwie zu retten. Muss man sehen. Man muss auch sagen, die Financial Intelligence Unit ist leider, wie viele andere Behörden, notorisch überlastet. Also es ist jetzt keineswegs so, dass ein paar Milliarden übermorgen dem Staatsseckel zukommen. Aber die Aufarbeitung geht voran. Die Welle rollt. Okay. Und wie die Welle rollt, das werden wir natürlich auch weiter in unserem Podcast begleiten. Ja, und damit kommen wir dann auch wieder zurück zu Anne Broerhelker, die wirklich maßgeblich dafür gesorgt hat, dass die Welle überhaupt rollt. Es geht halt um Steuerhinterziehung. Und auch wenn Menschen wie Maschmeyer und Tönnies und Müller, das sind jetzt keine Beschuldigten. Aber wenn deren Namen im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung genannt wird, haben die natürlich auch Anwälte. Und dann war Frau Broerhelker halt praktisch allein mit einer ganzen Armada von sehr hochbezahlten und sehr hartnäckigen und einflussreichen Anwälten. Und zu dem Zeitpunkt, das muss man ja wirklich sagen, war Frau Broerhelker ja auch noch nicht die Jägerin des Cum-Ex-Skandals, die sie heute ist. Wie hat sie das gemacht? Wie ist sie vorgegangen, Volker? Ja, ich glaube, sie hat tatsächlich sich erst mal sehr tief eingearbeitet in die Materie. Also bei ihr sind tatsächlich die Fäden zusammengelaufen. Sie hat dann versucht, Anknüpfungspunkte zu finden. Das ist ihr teilweise auch gelungen, weil zum Beispiel Menschen wie Erik Sahasin ausgesagt haben. Das hat ihr sehr viel weitergeholfen. Also es hat Kronzeugen gegeben. Es hat Kronzeugen gegeben. Anfangs waren das halt zwei Banker aus dem Haus Sahasin. Und ja, dann hat sich natürlich auch irgendwann große Durchsuchungen vorgenommen. Also das war ein Meilenstein, glaube ich. Im Herbst 2014 gab es eine internationale Razzia in 14 verschiedenen Ländern. Schwerpunkt war eben Sahasin, das Umfeld von Sahasin in der Schweiz. Sie waren natürlich auch in Deutschland, in Luxemburg, in anderen Ländern. Und da hat sie natürlich unheimlich viele Erkenntnisse zutage fördern können. Lass uns über die Erkenntnisse sprechen, Sönke. Was war das? Ja, die frappierende Erkenntnis war, dass Sahasin halt nicht die einzige Bank war. Bei Weitem nicht die einzige Bank. Je länger Frau Borger insistierte und untersuchte, desto mehr andere Banken fand sie. Und halt eine war größer als die andere. Das war wie ein Lauffeuer, das sich verbreitete. Was ich ganz interessant auch noch finde, ist, dass sie natürlich sich auch wehren musste gegen den Vorwurf, dass sie zu Unrecht ermittelt, weil es gab unterschiedliche Gutachten, die ja schon gesagt haben, dass das Cum-Ex-Verfahren, sage ich mal, rein theoretisch rechtens ist. Wie ist sie damit umgegangen? Genau, das war die Verlangs, die so Menschen wie Hanno Berger halt aufgebaut hatten vor seinen Mandanten. Und der Berger hat ja auch damit sozusagen geprahlt, welche tollen Gutachten bestätigt hätten, dass der doppelte Griff in die Steuerkasse rechtens ist. An erster Stelle ist da Freshfields zu nennen. Freshfields ist eine der größten Kanzleien der Welt. Ich glaube, die größte Kanzlei in Deutschland, wenn man es nach Umsatz berechnet. Und wirklich die allererste Kajüte. Und deren späterer weltweiter Steuerschef war einer der brennendsten Fans dieser Cum-Ex-Geschäfte. Den werden wir wahrscheinlich auch nochmal im Rahmen dieses Podcasts irgendwann näher kennenlernen. Ja, ich meine, wir haben jetzt jüngst nochmal, uns ist eine Liste in die Hände gefallen, mit Mandanten, die Freshfields halt beraten hat auf diesem Feld. Und ja, da standen 25 Namen drauf. Das sind Häuser wie ABN Amro oder UBS oder Credit Suisse. Die sind alle zu Cum-Ex von Freshfields beraten worden. Also Berger war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Steueranwalt auf dem Gebiet, aber nicht der einzige. Auf jeden Fall. Und ich meine, die Namen, die du auch gerade gesagt hast, sind glaube ich selbst allen bekannt, die normalerweise nicht so viel in der Bankenszene unterwegs sind. Das gehören zu den größten Häusern der Welt. Definitiv. Zu den allergrößten. Und das sind nur die, die sich von Freshfields beraten haben lassen. Wir haben weitere Listen. Wir haben 2015, 16, glaube ich, da gab es einen Whistleblower aus dem Ausland. Der hat für 5 Millionen Euro damals sein Wissen an die Steuerverhandlung Wuppertal verkauft. Und da waren 130 Namen von Banken drauf. Das waren ja jetzt nicht nur ausländische Edelbanken, oder? Da waren ja auch durchaus Landesbanken beteiligt. Genau. Das ist das vielleicht, was Frau Borger noch ein bisschen mehr Gegenwehr gebracht hat. Die West-LB, das haben wir früh herausgefunden, dass die West-LB auch ihrerseits sehr stark... Die West-LB, für diejenigen, die es nicht mehr kennen, weil die gibt es nämlich nicht mehr, war die Landesbank in Nordrhein-Westfalen. Genau. Die gibt es tatsächlich. Die ist über eine andere Krise gestürzt, hat aber auch in sehr umfangreichem Maße Cum-Ex-Geschäfte abgewickelt. Als wir das mal aufgeschrieben haben, das ist auch schon jetzt locker fünf Jahre her, hat die Bank behauptet, nee, sie hat keine solche Geschäfte gemacht. Also wir haben das nicht nur einmal gefragt, wir haben das etliche Mal gefragt. Und sie haben immer gesagt, bei uns gibt es kein Cum-Ex und dann? Genau. Also wir haben, nachdem der Sprecher der Bank das gesagt hat, er hätte sich beim Vorstand erkundigt, dann haben wir den Aufsichtsrat nochmal gefragt. Und dann hat der Aufsichtsrat gesagt, nee, wir haben uns beim Vorstand erkundigt, da gab es keine solchen Geschäfte. Und dann nach so, ich glaube nach zwei Jahren gab es dann eine Razzia. Und da waren die halt überrascht bei der West-LB, was soll das? Und siehe da, die Staatsanwälte haben lauter Cum-Ex-Geschäfte gefunden in der Bank. Und jetzt nochmal später muss die Portigon dann, weil es die West-LB ja gar nicht mehr gab, muss die Portigon für die bereits untergegangene West-LB nochmal ein paar hundert Millionen extra zur Seite legen als Rückstellung. 500 Millionen Euro. Das ist jetzt genau auch keine kleine Summe, auch nicht für eine Landesbank oder eine Ex-Landesbank. Das Irre bei Landesbanken, man kann ja sagen, eine Bank ist wie die andere, aber so eine Landesbank gehört halt dem Steuerzahler. Und das heißt, in dieser Landesbank, in der Bank, die dem Steuerzahler gehört, gab es Menschen, die aus der Steuerkasse, praktisch aus ihrer eigenen Kasse, sich das Geld rausgezogen haben. Warum haben sie das gemacht? Man könnte sagen, linke Tasche, rechte Tasche macht keinen Unterschied. Ja, aber für so einen Händler macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob er zwei Milliarden Euro handelt im Monat oder nur 200 Millionen, weil davon nämlich sein Bonus abhängt. Und ja, diesem Phänomen sind wir halt auch begegnet. Das ist ja so, wir hatten es jetzt gerade gesagt, das spielt ja alles zu Zeiten. Also A, es ist natürlich für Brorheker wahrscheinlich auch, sagen wir mal, ein Stück weit frustrierend. Sie sitzt in Köln, die Westerbby in Düsseldorf. Beide werden vom Staat bezahlt und der eine nimmt raus und die andere versucht, sich dagegen zu wehren. Ist halt alles vermientes Gelände, würde man vielleicht im Umgangssprache sagen. In so einer Landesbank sitzen natürlich Politiker im Aufsichtsrat. Diese Politiker sitzen dann der Behörde vielleicht vor, die ermittelt. Da kann man sich ja nur vorstellen oder lebhaft vorstellen, was das für Gespräche ergibt auf so Fluren in Ministerien und Staatsanwaltschaften. Und die Leute wissen, das wird unglaublich peinlich. Das kann politische Karrieren zerstören. Und Frau Brorheker ist einfach immer weiter vorangeschritten, hat sich offenbar von all diesen Überlegungen freimachen können. Und deshalb stehen wir da, wo wir heute stehen. Man muss ja, gut, dass du sagst, sie hat sich davon freimachen können. Also Cum-Ex, das muss man ja sagen, war zu dem Zeitpunkt schon Jahre alt. Es hat da immer wieder Warnungen gegeben an unterschiedlichen Stellen in Deutschland. Und es hat sogar Listen gegeben, wo vermeintliche Cum-Exler oder Cum-Ex-Geschäfte darauf aufgelistet worden sind. Die sind dann in irgendwelchen Akten verschwunden und keiner war willens oder hat sich getraut, dagegen vorzugehen. Ja, das war tatsächlich sehr lange so. Also man muss sagen, so die klassischen Cum-Ex-Geschäfte, so die Hochzeit der Cum-Ex-Geschäfte war so 2005 fing es an. 2006, 2007 gab es dann eine Gesetzesänderung, mit der man das eigentlich unterbinden wollte. Das ist aber nicht gelungen. Die haben dann wieder andere Wege gefunden. 2009 gab es dann nochmal ein BMF-Schreiben, was das alles nochmal verschärft hat, weil man die Probleme schon gesehen hat. Aber richtig abstellen hat man sie immer noch nicht. Und dann ging es 2010 weiter, 2011 ging es weiter und erst 2012 kam dann eine Gesetzesänderung, wo es sozusagen technisch unterbunden wurde. Also im Grunde all diese Jahre waren die Scheunentore für die Leute, die da, manche sagen, mit der Schubkarre das Geld rausgeholt haben aus dem Finanzamt, meilenweit geöffnet. Und ja, das ist im Grunde natürlich auch ein politisches Versagen. Da kann man nicht die Augen vor verschließen. Auf jeden Fall. Und was, du hast es gerade gesagt, was das natürlich noch schwieriger macht, ist die Tatsache, dass wenn man sich jetzt darüber unterhält, wann verjährt eigentlich ein solcher Fall, wann sind die jetzt Angeklagten vielleicht fein raus, dann ist das wahrscheinlich schwierig zu beurteilen, weil es eben keinen klaren Startzeitpunkt gibt, richtig? Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Die Politik hat natürlich auch erkannt, dass das ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Deswegen gab es auch Gesetzesänderungen und man hat die Verjährungsfristen deutlich verlängert. Also im Normalfall soll es jetzt eigentlich möglich sein, diese Fälle abzuhandeln innerhalb der Verjährungsfrist. Man muss aber die Ermittlungen irgendwann starten. Also wenn jetzt irgendwelche Taten vielleicht 2007 begonnen haben, dann muss man die Ermittlungen spätestens nach 15 Jahren starten. Sonst greift die absolute Verjährung und dann kommt man da halt nicht mehr dran. Bei ausländischen Banken ist das manchmal schwierig, weil man nicht ganz genau weiß, welche Leute waren da jetzt verantwortlich. Man kennt die Organigramme nicht und ohne, dass man irgendwelche Leute beschuldigt, kann man auch keine Ermittlungen starten. Und deswegen ist das so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt das Gros der Banken, die da beteiligt waren, auch erfasst hat und auch die Leute identifiziert hat, die da eventuell in verantwortlicher Position waren. Da muss man aber ja auch sagen, viele dieser Personen wehren sich gegen die Ermittlungen. Ja, sie sehen sich durchaus im Recht, unter anderem, weil sie sagen, es habe damals Gutachten gegeben, die diese Praxis ja durchaus als legitim angesehen haben. Und dazu hat sich Anne Brohelker auch in der WDR-Dokumentation geäußert. Wir haben sich natürlich Argumentationsmuster zurechtgelegt. Wir haben sich einzelne Passagen aus bestimmten Gerichtsurteilen rausgezogen, die aus dem Kontext gezogen und haben darauf ihre ganze Theorie aufgebaut. Frau Brohelker hat eine Armada von Anwälten und aufgebrachten Banken und Investoren gegen sich. Sie macht trotzdem weiter. Warum? Ja, weil sie erkannt hat, welche Dimensionen das Ganze hat. Weil sie im Grunde diesen Code dieser steuernden Erziehungsindustrie, wie sie jetzt teilweise auch genannt wird, zu entschlüsseln. Und weil sie im Grunde auch durch die Aussagen der Kronzeugen verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Es müssen natürlich viele Parteien zusammenarbeiten, sind Aktienlehrverkäufe eingebunden. Es sind Depotbanken eingebunden, es sind Broker eingebunden und das ist im Grunde wie eine gut geölte Maschinerie. Und wenn man da nur einen Teil kennt, dann sieht man nicht, wie das ganze Ding funktioniert. Aber sie hat es erkannt halt. Durch ihre jahrelange Ermittlungen hat sie das halt aufbrechen können und diese Nuss geknackt. Apropos, sie hat die Nuss geknackt. Ich glaube, wenn man sich Frau Broerhelka und ihre Geschichte anschaut, immer wieder sieht, sie ist sehr hartnäckig. Lass uns ganz kurz vielleicht über die Person Broerhelka sprechen. Was macht sie aus? Ihr habt sie beide erlebt. Ich bin mir total sicher, dass dieser Fall irgendwann von Filmemachern irgendwo auf der Welt aufgegriffen wird. Vielleicht in Deutschland, vielleicht auch in Hollywood. Für den Fall, dass es in Hollywood wäre. Wer, glaubt ihr, wird Frau Broerhelka spielen? Oha. Das ist eine interessante Frage. Also Frau Broerhelka, wenn man sie naturtreu nachspielt, ist sie relativ zierlich und klein. Da könnte man jetzt nicht Julia Roberts nehmen. Vielleicht Jodie Foster oder so, aber die ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Also man bräuchte eine junge, zierliche Person, der man aber anmerkt, dass sie sich auch von Kolossen nicht ins Boxhorn jagen lässt. Ja, sie lässt sich nicht beirren. Sie ist unheimlich fleißig. Sie ist natürlich schon eine absolute Ausnahmeerscheinung. Wie hast du sie erlebt, denke? Ja, genau so. Also wenn man da in ihrem Zimmer sitzt, da türmen sich halt. Ich wollte gerade sagen, du saßt in ihrem Zimmer. Erzähl doch mal, wie ist es da? Ja, das ist auch ein bisschen traurig. Man ist schon ein bisschen traurig, wenn man, bevor man auf dem Weg zu ihr ist, sozusagen. Dieses Amt da in Köln ist halt so ein typischer Behördenbauer. Ich weiß nicht, wie alt er ist oder wann da zum letzten Mal der Fußboden gewechselt wurde. Und das ist alles grau und beige. Wir waren natürlich auch bei den Gegnern, wenn man so will. Also diese Spitzenkanzleien, Spitzenbanken, das kennen wir auch alles aus Filmen, alles Marmor und Glas und Stahl. Frau Bohr-Hilker sitzt da in so einem kleinen Büro, umringt von Akten. Und man muss ja auch eins sagen, also vielleicht ein bisschen zum Schutz der anderen Mitarbeiter oder zur Erklärung. Das war ja auch schon Wahnsinn. Also, dass sich eine einzelne Beamtin nicht nur eine Bank, eine der wichtigsten Schweizer Banken, vornimmt, sondern dann noch eine und dann noch eine und dann hat sie die Deutsche Bank und dann hat sie eine Bank aus Amerika und dann hat sie eine in Australien und gegen den will sie ermitteln und gegen den Vorstand und aus Sicht ihrer Kollegen war das auch ein bisschen sozusagen unglaubliches Ungetüm, das sich da auftürmte und die müssen halt ihre Fälle auch irgendwann mal lösen. Und wenn da eine einzelne Beamtin dann ein Dutzend Fälle nach dem anderen aufmacht, ist natürlich die Frage, wo soll das denn enden und findet das überhaupt mal ein Ende? Das wissen wir tatsächlich auch jetzt immer noch nicht, ob das irgendwann mal ein Ende findet. Irgendwann wird es vielleicht leider verjähren. Ja, wir haben ja, wir haben ja, und deshalb hat sie jetzt die Stellung, die sie hat, sie hat, die ersten Urteile gibt es im Cum-Ex. Diese Verjährung ist vom Gesetzgeber sozusagen deutlich ausgeweitet worden und jetzt haben wir das, was wir den Cum-Ex-Skandal nennen. Damals, als sie angefangen hat, gab es keinen Cum-Ex-Skandal. Da gab es seltsame Geschäfte von denen, die, die sie gemacht haben, gesagt haben, das ist alles super kompliziert und das verstehen sie auch gar nicht, Frau Bohr-Hilker. Aber gucken Sie mal, was Freshfields dazu schreibt und dann hat man hier halt ein halbes Kilo Papier auf den Tisch geknallt und Frau Bohr-Hilker hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Ich muss sagen, sie hat sich auch in der WDR-Dokumentation geäußert und ja, ich glaube, da ist auch deutlich geworden, sie hat ein wahrscheinlich normales Gerechtigkeitsempfinden beziehungsweise sie hat dem dann einfach auch wahrscheinlich stattgegeben. Wir hören kurz rein. Was ich schon markant fand und das hat er eben auch sehr eindrücklich geschildert, ist diese Arroganz, die sich da entwickelt hat. Dass man dann eben aus dem 11. Stockwerk sich erhaben fühlte und auf die anderen Leute unten herabblickte im wahrsten Sinne des Wortes und sich eben auch so fühlte, ich stehe da oben drüber und ich habe mit denen da unten nichts zu tun. Ja, die können sich da abmühen und Steuern zahlen, meinetwegen, die braven Beamten hier, aber wir spielen in einer anderen Liga. Volker, ist diese Arroganz des 11. Stockwerks, ist das auch was, was du auf der anderen Seite von Frau Bohr-Hilker erlebt hast? Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein gewisses Abgehobensein, was man da feststellen kann. Und ich meine, dieses Cum-Ex-Thema, das ist ja relativ simpel eigentlich zu erklären. Das sind Aktienkreisgeschäfte, die im Grunde nur das eine Ziel hatten, eben Kapitalertragssteuer erstatten zu lassen, die überhaupt nicht bezahlt worden ist. Und wenn man das mit juristischen Gutachten und irgendwelchen Spitzfindigkeiten versucht zu rechtfertigen, dann stimmt irgendwas nicht. Es gibt mittlerweile aber auch einige Urteile, die das klar benennen. Zum Beispiel der Präsident des Finanzgerichts Köln hat in einem Urteil gesagt, dass es denklogisch unmöglich ist, sich eine Steuer zweimal erstatten zu lassen. Und jüngst hat sogar der Bundesgerichtshof dazu entschieden. Also der hat das erste Strafurteil aus Bonn bestätigt und nochmal eindeutig gesagt, dass Cum-Ex strafbar ist. Der Richter damals hatte gesagt, das ist ein blanker Griff in die Taschen der Steuerzahler. Also im Grunde selbst Spitzenjuristen dann an den Gerichten haben die Wahrheit jetzt einfach mal benannt, so wie sie ist. Auch dieses Bundesgerichtshofs Urteil muss man natürlich sagen, das geht darauf zurück, dass Anne Broer-Hilker damals die Ermittlungen aufgenommen hat und auch durchgezogen hat. Denn zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, es gab ja schon vor Anne Broer-Hilker Warnungen, dass Cum-Ex wahrscheinlich nicht rechtens ist, dass da wahrscheinlich was vor sich geht, was dem deutschen Staat auf jeden Fall schaden kann. Und trotzdem wurde nichts gemacht. Warum war Frau Broer-Hilker die Erste, die das durchgezogen hat? Ja, da kommen wir wieder zu ihrer Hartnäckigkeit. Die muss also wirklich Abende, Nächte und Wochenenden durchgearbeitet haben. Heute können wir das alles so locker sagen und der Richter sagt dies und der Kronzeuge sagt das. Es gab halt keine Kronzeugen. Und wenn einem Insider nicht zeigen, wo man genau hingucken muss, dann kann man das auch nur schwer oder vielleicht auch gar nicht. Man kann es vielleicht ahnen und auch sagen, man kann doch nicht zweimal in die Steuerkasse greifen, aber das ist halt so kompliziert arrangiert worden, dass es eine ganze Weile bedurfte, um zu beweisen, dass es einfach nur illegal ist und einfach blanker Unfug zu meinen, man könne sich eine Steuer erstatten lassen, die man nicht gezahlt hat. Da kommen wir wieder zum Richter, der das dann im Anschluss, nachdem Frau Broer-Hilker die ganze Beweisführung hingelegt hat, hat er dann gesagt, also meine Herren, es liegt im Wesen einer Steuer, dass man sie sich nicht zweimal erstatten lassen kann. Dem ist nichts hinzuzufügen, aber das ist das Verdienst von Frau Broer-Hilker, das halt auf diese einfache Formel runterzubrechen. Ja, vielleicht zur Ergänzung, sie hat es auch geschafft und das ist vielleicht auch eine Besonderheit, diese Akteure teilweise zum Sprechen zu bekommen. Da war erst der Anwaltskollege von Herrn Berger, also die haben... Die waren sogar Partner, richtig? Die waren Partner, genau. Und der ist halt aus dieser Phalanx irgendwann ausgeschert. Der hat dann gesagt, das geht nicht mehr gut, ich muss mir was Neues überlegen. Und der hat sich dann tatsächlich der Staatsanwaltschaft gestellt und sich vernehmen lassen. Und der hat dann auch andere Kollegen aus dieser Finanzszene, vor allem Aktienhändler, dazu gebracht, ebenfalls auszupacken. Und die haben natürlich alle sehr viel zum Verständnis beigetragen. Also einer der beiden im ersten Verfahren Angeklagten, das war ein britischer Börsenhändler, der ist ungefähr 30 Mal nach Deutschland gekommen und hat sich von Frau Brauhlker vernehmen lassen. Und der hat natürlich sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Frau Brauhlker weitermachen konnte und neue Anknüpfungspunkte gefunden hat. Und jemand, der da dabei gesessen hat, bei diesen Vernehmungen, die haben wir jetzt eingeladen, mit uns zu sprechen. Denn das ist Helen Schelling. Sie vertritt als Anwältin diesen und andere Kronzeugen. Und in dieses Gespräch hören wir jetzt mal rein. Hallo Frau Schelling. Hallo Frau Karamisch. Sie haben als Verteidigerin eines angeklagten Aktienhändlers und Kronzeugen natürlich auch Frau Brauhlker bei zahlreichen Vernehmungen und auch im Strafprozess erlebt. Wie haben Sie sie erlebt? Was zeichnet sie aus? Also ich würde sagen, was sie auszeichnet, sie ist tief in der Sache und tief auch an der Sache interessiert. Im Vordergrund für sie stehen jedenfalls zunächst immer die fraglichen Geschäfte und die zugrunde liegenden Transaktionsmechanismen. Und die will sie tatsächlich im Detail verstehen und nachvollziehen können. Also deren Ablauf, die wirtschaftliche Bedeutung, die steuerlichen Konsequenzen und so weiter. Und erst in einem zweiten Schritt, ist mein Eindruck, kommen dann die handelnden Akteure in den Blick, die Persönlichkeiten, ihre subjektiven Standpunkte und Eigenschaften. So habe ich sie erlebt. Und ich glaube, das ist auch nicht immer selbstverständlich. Es geht ihr nach meinem Eindruck allein um die Sache und nicht etwa um sich selbst. Das klingt ja auf jeden Fall schon ganz sympathisch, so wie Sie das beschreiben. Jetzt hat es Frau Brorheker jetzt auch nicht immer ganz einfach gehabt, ganz am Anfang. Da waren ja am Anfang durchaus einige Steine in den Weg gelegt. Wie ist es ihr denn eigentlich gelungen, die Ermittlungen so weit voranzutreiben? Also eine wichtige Rolle spielen, denke ich, jedenfalls ab einem bestimmten Zeitpunkt sicherlich diese sogenannten Kronzeugen. Wenn man sich aber die Ermittlungsakten anschaut, dann sieht man, dass auch schon bis zu den ersten Vernehmungen die Ermittlungsbehörden sehr weit gekommen sind unter ihrer Führung. Aber das seinerzeit mit einem relativ kleinen Team. Und ich habe auch die mit der Sache befassten Ermittlungsbeamten im Landeskriminalamt als sehr kompetent erlebt und meine, dass dann auf dieser Grundlage es möglich wurde, für sie in den Vernehmungen sehr souverän, also gleichsam auf Augenhöhe auszutreten, die richtigen Fragen zu stellen, an bestimmten Punkten nachzuhaken. Zugleich habe ich sie aber auch immer als Transparenz erlebt mit ihren Erkenntnissen und auch mit ihren Bewertungen. Die muss man nicht immer teilen, aber damit geht sie offen um. Und es gibt mit ihr, wenn ich das so sagen darf, keine Spielchen. Sie sagt, was sie hat, was sie denkt und darauf kann man sich einstellen. Sie haben jetzt gerade die Erkenntnisse von Frau Brorheker angesprochen. Jetzt muss man ja sagen, dass ihre Mittel, also die Mittel der Staatsanwaltschaft im Vergleich zu den der beteiligten Banken und Beschuldigten eher begrenzt ist. Wie schafft es denn eigentlich Frau Brorheker, sich dagegen durchzusetzen und sich die Informationen zu besorgen, die sie benötigt? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir als Anwälte, als Berater, als Verteidiger haben natürlich immer den Vorteil, dass wir mit unseren Mandanten sprechen können und die Dinge so lange erörtern können, dass wir es verstanden haben, um es weiter transportieren zu können. Und auch in finanzieller Hinsicht merkt das natürlich Stimmen, dass die Ermittlungsbehörden da, ich sage mal, salopp hinten dranhängen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, sie hat sozusagen die Macht, sie hat uns als Ervornehmer zu sagen, Ermittlungskompetenzen. Und ich glaube, dass im Zusammenspiel mit einem profunden Wissen und mittlerweile auch ordentlich politischen Druck und Rückenwind, jetzt zuletzt durch die Entscheidung vom Bundesgerichtshof, ist das, glaube ich, auch aus ihrer Sicht keine ganz schwache Position. Apropos schwache Position, finde ich ganz interessant. Sie ist ja auch mittlerweile, Frau Brohelker ist mittlerweile in einer Liste von Bloomberg zu den 50 einflussreichsten Personen 2021 gewählt worden. Es gibt eine WDR-Dokumentation, wo sie im Mittelpunkt steht. Damit hat sie natürlich, sagen wir mal, eine relativ exponierte Position. Wie ist das aus Ihrer Perspektive? Glauben Sie, dass die Aufklärung der Taten von Cum-Ex in diesem Umfang auch ohne Frau Brohelker gelungen wäre? Ich glaube, das kann ich so nicht sagen. Aber sie hat sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil an der gegenwärtigen Situation. Sie hat sich da reingebissen und hat das konsequent vorangetrieben. Und das trägt jetzt seine Früchte aus Sicht der Ermittlungsbehörden. Das kann man, glaube ich, sagen. Frau Schelling, was glauben Sie eigentlich, wie lange Sie noch mit Frau Brohelker zu tun haben werden? Das kann ich natürlich nicht wissen. Aber ich glaube, das wird uns schon noch einige Jahre beschäftigen, dieses Thema. Und wir beraten Mandanten jedenfalls nicht dahingehend, dass das kurzfristig rüberziehen wird. Vielen herzlichen Dank, Frau Schelling. Sehr gerne. Ja, wir haben es gerade gehört. Der Fall Cum-Ex geht weiter, noch einige Jahre. Lass uns kurz drüber sprechen, wo steht Frau Brohelker jetzt und was passiert da gerade noch? Ja, wir haben ein Verfahren, was komplett abgeschlossen ist. Also haben wir gerade darüber gesprochen. Das hat das Landgericht Bonn, hat das Urteil gegen die beiden Börsenhändler gesprochen. Und das wurde bestätigt vom Bundesgerichtshof. Ein zweites Verfahren ist ebenfalls abgeschlossen. Gegen einen ehemaligen Top-Manager aus der Warburg-Bank. Der hat fünfeinhalb Jahre Haft bekommen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Dann gibt es gerade ein drittes Verfahren gegen den ehemaligen Chef der Warburg Invest. Das ist eine Tochter der Warburg-Bank. Der hatte gerade ein Teilgeständnis abgelegt. Das wird wahrscheinlich bald abgeschlossen sein. Dann gibt es noch zwei, drei andere Verfahren, die demnächst laufen dürften. Und dann gibt es natürlich auch noch wahnsinnig viele Ermittlungsverfahren. Ja, damit wahnsinnig viel ist tatsächlich eine extrem hohe Zahl. Allein Frau Brohelker, allein in Köln sind 120 Verfahren anhängig. In Frankfurt gibt es welche. Aber die verhandelt sie nicht alle alleine, oder? Nein, inzwischen ist sie ja nicht mehr Einzelkämpferin, sondern über die Jahre, als dann ihre Vorgesetzten gemerkt haben, was da passiert, hat man ihr immer mehr, immer einen größeren Stab zur Verfügung gestellt. Das sind inzwischen über 100 Personen. Und deshalb ist auch zu hoffen, dass sich die Geschwindigkeit dieser Verfahren steigert. Und alles andere wäre auch komisch, weil wenn die ersten Verfahren alle mit Urteilen ausgehen und die Rechtsmeinung halt so ist und auch die anderen Angeklagten sehen, ich komme hier nicht raus, und wenn ich mich wehre, wird es eher schlechter, dann wird die Strafe eher höher. Also helfe ich mit und durch diese ständigen extra Mithilfen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschwindigkeit der Verurteilung dann auch steigt. Das hat für mich zwei Punkte. Den ersten finde ich ganz interessant. Wenn die Leute dann mithelfen, heißt das auch, sie zahlen ihr Geld zurück, was sie zu viel bekommen haben? Natürlich. Also das ist mal die Grundvorraße. Alles, was du eingesteckt hast durch Cum-Ex, das musst du zurückzahlen. Deine Bank, also dein Arbeitgeber, muss in der Regel nochmal obendrauf Zahlungen leisten. Und wir sprechen hier von immer mindestens achtstelligen Beträgen, teils neunstelligen. Das heißt, da fließen sehr viele Gelder zurück. Es kann niemand sagen, okay, Entschuldigung, ich habe es gemacht, aber die zwölf Millionen, die ich damit verdient habe, kann ich dann doch behalten, wenn ich Entschuldigung sage. So läuft es nicht. Sehr gut. Und diejenigen, die dann Entschuldigung sagen würden, wollen, da habe ich auch viel darüber gelesen, dass Frau Bräuelka von vornherein gesagt hat, und vielleicht macht sie das auch aus, dass sie gesagt hat, ich gehe keine Deals mit euch ein. Ihr habt das also unberechtigterweise in die Staatskasse gegriffen und wir machen hier keine Deals mit sowas. Ja, das ist so ein bisschen auch ein Unterschied zu dem, was man oft vorher gesehen hat. Also wenn man diese ganze Schwarzgeldaffäre betrachtet, Schweizer Banken ja auch involviert waren, da gab es auch immer Ermittlungsverfahren gegen natürliche Personen. Aber diese Ermittlungsverfahren, die wurden dann eingestellt. Die OBS hat dann 300 Millionen gezahlt, Credit Suisse hat 100 Millionen gezahlt, Julius Baer hat 50 Millionen gezahlt. Damit war das Thema gegessen. Das war im Grunde, ihr zahlt Geld und wir halten die Klappe. Und so funktioniert das jetzt nicht mehr. Also jetzt geht es auch tatsächlich darum, die Schuldigen vor Gericht zu stellen. Also das ist, glaube ich, Frau Bräuelka sehr wichtig. Also es wird bestimmt jetzt nicht jeder dieser 1.350 Beschuldigten auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Also das muss man dann natürlich nochmal sehen, ob dieser Anfangsverdacht sich auch bestätigt und ob er dann reicht für eine Anklage. Aber sehr viele und auch sehr viele Verantwortliche werden zum Schluss angeklagt. Davon kann man ausgehen. Jetzt fand ich es ja auch ganz interessant, dass ja tatsächlich ja wohl einige vorher gesagt haben, es ist ihnen klar, dass das Geld, was sie aus dem Steuerhaushalt rausnehmen, nicht mehr in Kindergärten investiert werden können. Und es war ihnen egal. Wir hatten an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Habt ihr das Gefühl, dass den Beschuldigten jetzt klar ist mittlerweile? Wir hatten eben über die Arroganz gesprochen, was sie da eigentlich getan haben? Ich glaube, es war ihnen immer klar. Sie sind jetzt halt erwischt worden. Und jetzt steht auch die Bestrafung an. Und deshalb werden halt vielleicht auch Krokodilstränen vergossen. Niemand in diesem Verfahren, also niemand von den Beschuldigten jedenfalls, kann sagen, ich wusste nicht, was passiert. Die Frage ist bei den Investoren. Es gibt Investoren, die sagen, mein Bankberater hat mir gesagt, hier drei Monate 12 Prozent, also in drei Monaten erwirtschaften wir hier 12 Prozent Rendite, alles super. Und dann fragt man ja nicht, lieber Bankberater, ist das legal? Sondern man sagt, super, machen. Und wenn man dann nachher erfährt, war illegal. Und dann ist man böse. Da ist auch die Frage, ob man jedem Investor das glauben kann. Es gab natürlich auch Investoren, die, wenn die 50 Millionen oder noch mehr investieren, sich ganz, ganz genauer informieren ließen. Oder ihre zusätzlichen Berater und Anwälte darüber gucken lassen. Und ob man dann immer noch sagen kann, ich wusste nicht, dass das aus der Steuerkasse kommt, ist eine andere Frage. Aber du fragtest ja, wussten die oder wissen die jetzt, was sie gemacht haben? Und die Frage ist ja, aber sie wussten es vorher auch und deshalb müssen sie auf die Anklagebank. Okay, sehr gut. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Verteidigungsstrategien, muss man auch sagen. Es gibt auch Banker, zum Beispiel den langjährigen Warburg-Chef Christian Oliarius, der behauptet, nach wie vor nicht illegal gehandelt zu haben. Und der wehrt sich gegen alle Vorwürfe, auch wenn er sehr wahrscheinlich angeklagt werden wird. Christian Oliarius ist ein sehr guter Punkt, denn lass uns kurz drüber sprechen. Volker, warum ist der so spannend? Ja, weil die Hamburger Bank MM Warburg natürlich eine der Banken war, die da ganz eifrig mitgemischt hat bei Cum-Ex. Und da geht es auch um mehrere hundert Millionen Euro. Und da geht es um Strafverfahren, die laufen gegen bestimmte Personen. Es geht um Führungspersonal, Christian Oliarius, Max Warburg, die da beschuldigt sind. Es geht um politische Verflechtung. Also es ist natürlich eine Institution in Hamburg gewesen. Und da gibt es natürlich politische Verbindungen, die man hat versucht zu nutzen, als es darum ging, müssen wir das Geld zurückzahlen oder nicht. Politische Verbindungen? Ja. Zu einer ganz besonderen Person? Ja, da kommen wir dann tatsächlich bis rauf zum Bundeskanzler. Olaf Scholz war damals, als Christian Oliarius mit ihm sprechen wollte und über die Cum-Ex-Geschäfte, war er der erste Bürgermeister von Hamburg. Später dann Finanzminister, heute Bundeskanzler. Und es gab mehrere Gespräche, das ist verbirgt. Es gab einen sehr engen Mitarbeiter von Herrn Scholz, der Sachen eingefädelt hat. Und da liefen halt im Hintergrund alle möglichen Sachen. Und es ist so, dass unser heutiger Bundeskanzler sich da nicht so richtig mehr daran erinnern kann, sagt er jedenfalls. Dazu gibt es einen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Der läuft noch, da hat Frau Borhecker auch ausgesagt. Genau. Und so ist es halt, das ist halt, das ist nicht lustig, um Gottes Willen, aber es ist halt diese Szene, wenn man das so will, diese Gruppe von Leuten, die Investoren, die Politiker, die Staatsanwälte, die Anwälte, die treffen sich jetzt halt mal in diesem Gerichtssaal, mal in jedem Verfahren, mal hier, mal da, Untersuchungsausschuss. Und das macht die Sache halt so spannend. Auf jeden Fall. Und deswegen werden wir in unserer nächsten Folge, ich hatte es gerade schon gesagt, über Herrn Olearius sprechen, aber natürlich auch über Olaf Scholz und Peter Gauweiler, denn der vertritt Herrn Olearius und hat sich mit einem Borhecker mehrfach, sagen wir mal, angelegt, kann man glaube ich sagen, hat sich auf jeden Fall kritisch hinterfragt. All das werden wir in der nächsten Folge von Handelsbuttcrime sprechen. Vielen Dank euch beiden erst mal. Sehr gerne. Danke dir. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben aber natürlich auch noch etwas für Sie. Wenn Sie sich über den Fall Cum-Ex informieren wollen oder natürlich auch über die vielen anderen interessanten Fälle unseres Investigativ-Teams, dann haben wir auf unserer Webseite ein besonderes Angebot für Sie vorbereitet. Geben Sie dazu gerne einfach handelsblatt.com-mehrjournalismus ein. Dort haben wir ein besonderes Angebot für Sie vorbereitet. Wir freuen uns wie immer über Anregungen und Kommentare. Schicken Sie dazu gerne eine E-Mail an crime-at-handelsblatt.com und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Ja, und auch vielen Dank natürlich an unser Produzententeam rund um Christian Heinemann und Florian Högerle und damit vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.